In diesem Video erklären wir Ihnen, was man unter Normdaten versteht, warum der Einsatz von Normdaten wichtig ist und welche Normdaten sich für welche Informationsart eignen. Zum besseren Verständnis starten wir mit zwei Beispielen. Erstes Beispiel. Nehmen wir an, wir suchen nach Informationen zum Künstler Manfred Mohr. Wie der Katalog der Deutschen Nationalbibliothek uns jedoch zeigt, sind unter diesem Namen verschiedene Personen vorzufinden. Wie also können wir einer Suchmaschine mitteilen, welche der gleichnamigen Person für unsere Suche relevant ist? Der Computer kann nämlich nicht von alleine intellektuell entscheiden, welche der gezeigten Person der gesuchte Künstler ist. Ein zweites Beispiel. Für die Referenzierung auf Institutionen werden sowohl ihre vollständigen Namen als auch Abkürzungen eingesetzt. So beziehen sich die Bezeichnungen LMU und Ludwig-Maximilians-Universität München auf dieselbe real existierende Institution. Für Suchmaschinen stellen solche Bezeichnungen jedoch zwei unterschiedliche Gegenstände dar. Aus diesem Grund werden die gesuchten Informationen häufig nicht vollständig geliefert. Außerdem kann die Kurzform LMU zu Verwirrungen führen, da sich zum Beispiel eine Universität in den USA ebenfalls mit LMU abkürzt. Um solche wie Ihnen genannten Beispielen dargestellte Probleme zu adressieren, wurden Normdaten eingeführt. Normdaten sind Identifikationssysteme, die eine eindeutige und dauerhafte Zuordnung von Gegenständen und Sachverhalten ermöglichen. Bereits während der Projektarbeit sollen Sie darauf achten, dass Ihre Forschungsdaten mit den Normdaten angereichert sind. Dadurch unterstützen Sie einerseits Forschende bei der Recherche nach geeigneten Daten. Andererseits ermöglichen Sie die maschinelle Weiterverarbeitung Ihrer eigenen Daten. Diese werden mit den Daten von anderen Forschenden im Sinne von Linked Open Data verknüpft. Je nach Art der referenzierten Daten werden unterschiedliche Normdatenstandards eingesetzt. Hier sind einige Beispiele. Die GND, also die gemeinsame Normdatei, wird für die Identifikation von Personen, Schlagworten oder Werktiteln verwendet. Bisher wurde sie primär bei der Aufnahme von Literatur in die Bibliothekskataloge eingesetzt. Heute dient sie in zunehmender Weise auch zur Disambiguierung von Informationen in der wissenschaftlichen Forschung. ORCID bietet sich als Standard für die Identifikation von Personen an, die in der Wissenschaft tätig sind. Geonames ist ein weitverbreiteter Standard für geografische Angaben. OR etabliert sich für die eindeutige Referenzierung von Institutionen und WikiQ-ID für Schlagworte bzw. für den Datenbestand von Wikidata. Weitere Beispiele für Normdateien finden Sie auf diesen Suchportalen. Vielen Dank fürs Zuschauen!